Musik Hallo liebe Wanderfreunde, ich bin's Marco. Ihr kennt mich bestimmt schon vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute bin ich in Mandelbachtal unterwegs und gehe eine kleine Tour und zwar die Heidenkopftour. Sie ist etwa 7 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann kommt mit. Musik 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 Etwa 2 Kilometer, dann bin ich ja schon wieder am Auto. Ich musste bei dem Schmuddelwetter trotzdem raus und da waren die 7 Kilometer genau das Richtige. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis dann, ciao, ciao. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.